Der Berufskompass Chemie bringt Azubis in Bewegung, denn nach der Ausbildung geht's weiter. Nur wohin? Da ist der Erfahrungsaustausch mit ehemaligen Azubis Gold wert, vor allem wenn die ganz unterschiedliche Wege beschreiten. Selina Friedrich studiert BWL. Gleichzeitig arbeitet sie bei ihrem Ausbildungsbetrieb Werner & Merz in Mainz als Industriekauffrau. Ein duales Studium bringt aber nicht nur mehr Wissen, sondern ist immer auch ein Blick über den Tellerrand. Was natürlich auch spannend ist, weil man immer in den Modulen hört, wie ist es denn so in anderen Unternehmen, weil das kriegt man ja so im Alltag auch gar nicht mit. Patrick Gerhardt ist Industriemechaniker und macht jetzt seinen Meister beim Reifenhersteller Michelin in Bad Kreuznach. Eines interessiert die Teilnehmer besonders. Wie hält man die Doppelbelastung aus? Es war teilweise schwer. Gerade so die Sommermonate, ja mit dreimal die Woche Schule, weil wir haben keine Sommerferien gehabt, weil die Zeit verkürzt ist. Und da muss man schon am Riemen reisen. Aber wenn man das Ziel vor Auge hat und man weiß, für was man es macht, dann klappt das schon. Zuversicht ist angesagt, denn jede Weiterbildung kostet Zeit und Kraft. Die dritte im Bunde ist Karin Koltermann. Sie hat ihren Master gerade erfolgreich abgeschlossen und arbeitet parallel bei Renolit in Worms. Beruf Privates Weiterbildung, darauf zielen auch die meisten Fragen ab. Wie würden Sie beurteilen, gelingt es Ihnen diese drei Bereiche, also Privatleben, das Arbeiten und das Lernen im Studium auszubalancieren? Kurz vor der Klausurphase ist der Haushalt mal auf der Strecke geblieben. Also ich glaube, in den vier Wochen, wo die Klausurphase ist, da habe ich niemanden in die Wohnung gelassen, weil das war dann schon immer schwierig, ja. Wer die Weiterbildung durchhält, kann nachher auch die Lorbeeren einstreichen. Selbst Organisation und Selbstmotivation sind die Schlüssel des Erfolges und ein klares Ziel vor Augen. Vor allem, weil ich den Master haben wollte. Also das war wirklich so mein Ziel. Ich wollte vollwertig Ingenieurin sein. Also damals war das ja der Diplomingenieur. Deswegen wollte ich auf jeden Fall den Master machen. Und es hat auch Spaß gemacht. Es war zum Einigen die Chance, etwas Neues zu sehen, mich weiter zu orientieren und mich breiter aufzustellen in meiner beruflichen Entwicklung. Nur mit einer Ausbildung kommt man heutzutage leider nicht mehr so weit. Und deshalb erhoffe ich mir durch das Studium natürlich bessere Chancen. Wie man sich selbst motiviert, erklärte Reinhold Stritzelberger. In kleinen Alltagsanekdoten und anschaulichen Schaubildern bringt er auf den Punkt, wie man seine Ziele erfolgreich erreicht. So bot der Berufskompass Chemie, eine Partnerveranstaltung des Arbeitgeberverbandes und der Industriegewerkschaft viele praktische Tipps für die berufliche Weiterbildung. Das war ja, Herr Kượng. Das war ja, ich wollte sagen. So muss ich mir nicht mehr so weit werden, wenn ich meine Ziele bewege 14-30-40-80円 fand,eyige. Also da ist die ár.